Wenn jemand möchtet, dass sie abgezogen werden, würde das auch in ... keine Ahnung, die Farbe nicht sein. Dunkel ist schon schön, aber einfach mal so frisch. Ja, irgendwie ein bisschen schicker. Frisch war es jetzt gar schön so, aber naja. Ja, aber das war's. Ja, das war's. Da kann ich noch einig, ne? Wir werden immer einig, ne? Ja, nein. Heute ist der 16. Februar 2015. Da hinten die Venus, wo wir nicht ran zoomen. Wiederum auch ein rotes Objekt sichtbar. Und jetzt ... Da ... Ist dann ein rotes Objekt, also ein rötliches Objekt. So kann man es noch ein bisschen erkennen. Ist leider ein bisschen verruckelt. Ist das momentan so. Kann man die beiden sogar sehen. Venus unten und Mars oben. Die moon. So sieht von uns ja die großen Augen aus. Also die großen Augen aus beiden die Hände. Auf der anderen Seite ... Ist noch ein anderer Punkt eher nicht sichtbar. Das ist die venzen ... Jupiter ... Jupiter ... Jupiter ist krass. Jetzt nochmal zurück zu mir. Venus und Mars. Die treffen sich in wenigen Tagen, am 20. Februar, wenn ist das, glaube ich, treffen sich die beiden. Wir werden versuchen dann auch, möglichst kurz davor, die Aufnahmen nochmal zu tätigen. Das sieht man, dass sie die beiden relativ eng vorbeiziehen, wie das Mars. Ich hoffe, dass das nicht noch nicht geeignet hat. Ich hoffe, dass das nicht noch nicht geeignet hat.